50 mal 4 sind 600 ok das waren jetzt ein bisschen mehr als 600 wieder ein paar verkaufen kann ich mir 600 kugeln machen sehr gut so ikor kugeln so was haben wir noch alles was fehlt noch wir haben nochmal drei linsen ich glaube es reicht schon für noch ein weiteres auge ist auch noch eine seele des lichts was haben wir hier drin edelsteine auf jeden fall haben wir eine menge seelen der nacht da ist noch feenstaub wir bauen in der tat noch kristall splitter die können wir uns dann im untergrund nochmal holen sonst haben wir alles dann bauen wir nur noch die kristall splitter und die müssen die augen bekämpfen dann bekommst du eine waffe nein ja zehn kristallscherben noch ich mach nochmal schnell das andere auge da so wir können die twins jetzt viermal bekämpfen das soll schicken wenn wir die auch viermal besiegen wäre super ich weiß halt nicht mehr genau wie viel die droppen da wir warte reißende Händler was hast du hm nix besonderes da wir zu zweit sind müssen die ja eigentlich mehr sachen droppen das heißt das dürfte eigentlich schon reichen sie droppen seelen der einsicht und heiligen barren mit den heiligen barren macht sich jeder von uns ein excalibur und eine heiligen rüstung und mit den seelen der einsicht machen wir auf jeden fall brauchen wir eine für den drax und bin ich schon zu weit ne ging noch weiter runter und die restlichen erstmal für die regenbogenroute und dann mal schauen was man damit noch alles fertigen kann zählen das nicht sehen wir natürlich auch immer gerne mit aber jetzt erstmal das ist halt scherben wo ist mein bohrer da mit mit com auf mit Und wie gefällt dir bis jetzt dein Meteorenstab? Gefällt mir aber halt im Untergrund, muss man halt gucken wo man steht. Aber der ist ziemlich geil. Bei Bossen an der Oberfläche wird das hoffentlich was bringen. Leuchtfledermaus-Banner. Ach komm, da. Ich hab noch ne Seele der Nacht, und zwar Kristallschlitter. Seele der Nacht? Was ist die denn? Ah, ich sehe das Licht, sorry. Ich hab nur halb drauf geguckt. Hätte mich schon gewundert. Wie viele Kristallschlitter? 3. Katze ja geben, dann haben wir schon genug. Ich bin doch auf die Seele. Sehr gut. Können wir schon hoch? Ja, wir können hoch. Wir haben hier sonst nichts mehr zu tun gerade. Gut. Oh, es wird doch schon Abend. Also alles Unnötige aus dem Inventar räumen. Möglichst clear. Wir brauchen nur die Kampfausrüstung. Bohre aus der Schnellleiste raus. Bohre aus der Schnellleiste raus. Okay. Den bekommst du auf jeden Fall. Den wirst du vor dem Kampf einnehmen. Der erhöht für zwei Minuten deinen magischen Schaden um 20 Prozent. Äh. Huh. So, pack erstmal die Tränke, die du jetzt hast, weg. In irgendeine Kiste. Dafür bekommst du dann die großen. Was hast du getan? Oh, fuck. Ich hab da so in der Magie dran gesoffen. Oh, fuck. Nacht fängt an. Komm hoch. Jawoll. Hast du mir schon Tränke gegeben? Hier. Deine großen Healtränke. Hier ist noch ein Magiekraftdrank und noch ein Eisenhautdrank. Eisenhautdrank. Wo ich da rein knall. Äh. Da hin. So, wenn du bereit bist, dann legen wir los. Eisenhautdrank sofort dann einnehmen, sobald gespawnt ist. Äh. Jawoll. Bist du ready? Jawoll. Auf geht's. An die obere Plattform. Wir machen zuerst den Grünen weg. Der Grüne ist gefährlicher, der muss zuerst weg. Verbauen. Wechseln. Achtung. Bestellen. Ich muss einen trinken. Das ist die auch. Ich komme nicht hinterher. Was bekommst du schon denn? Der geht in die zweite Phase, der Grüner. Ich muss nach unten, ich muss was trinken. Ich muss, ich sterbe nicht gleich. Scheiße. Haltet durch. Bis ich wieder da bin. Ich wollte halt zu den Herzen hin. Komm schon, spawn mich. Spawn mich eigentlich. Ich seh euch nicht. Da. Der erste ist weg. Jetzt nur noch den anderen. Der dürfte easy spielt sein. Wir gehen auf die obere Plattform. Ich seh nicht, wo ihr seid. Da. Nächste Phase. Immer schön drauf, immer schön drauf, immer schön drauf. Wenn der andere uns jetzt noch beballern würde, wäre das halt echt problematisch. Aber der ist halt echt schwer, der eine alleine. Das wäre halt nur noch problematisch, wenn der andere noch dabei wäre. Weil der Grüne weg ist, ist easy spielen. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Erwische ich überhaupt was? Nein, gerade nicht. Ja, ich hab drauf zu fliegen. So, jetzt. Jawohl. Die Seelen der Einsicht. Gib mal her, was du eingesammelt hast. Dann schauen wir mal die Ausbeute. So, was habe ich denn? Mach dir mal weg. Ja. Einig, da war. Ja. Habe ich dir abgelegt? Ja. Wird. Äh. Was? Holzfeiern habe ich noch. Okay. Gretzpunkt schützen aber. Ich denke, ich hab so sechs mehr. Der Rest davor schon da. Gut, dann. Pack mal alles, was du nicht brauchst, in die Kiste. Ich guck schon mal, was wir machen können. Das ich da einmal gestorben bin, das war echt doof. Aber haben wir zum Glück geschafft. Aber der Grün ist echt problematisch. Hätte ich noch ganz als ob sich drauf. So. Kannst du mal schnell die Augen weg machen? Oder bist du gerade beschäftigt? Bin gerade noch beschäftigt. Warte, ich gehe dann auch mal direkt raus. Eine Linse wäre noch gut. Komm, du vielleicht. Ach komm. Eine Linse brauche ich noch. Eine einzige Linse. Kommen die noch? Oder? Die Augen. Ja, die müssten nachts kommen. Ich finde das... Okay, wir vergessen was mit den Linsen. Wir haben ja nicht mal eine schwarze Linse. Also bringt das eh nichts. Okay. Na gut, dann... Wird jetzt zuerst... Okay. Dass die nur 17 Heiligenbarren getroppt haben, finde ich schon ein bisschen frech. Also mit den Heiligenbarren reicht das vorne und hinten noch nicht. Ah. Was hast du gesagt? Wir können doch noch viermal... Äh, noch dreimal jetzt gegen die kämpfen, oder? Ja. Dreimal können wir noch. Siehst. Wir haben ja so schlecht. Wie viele brauchen wir eigentlich? Hm? Was meinst du? Wie viele von den Barren brauchen wir eigentlich? Na ja, wenn jeder eine Rüstung will, brauchen wir schon wieder einige. Also... Da werden schon 100 pro... Kopf nötig. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, wenn wir die jetzt nochmal besiegen, dann hat jeder von uns schon mal ein Excalibur. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. So, die sind in der Einsicht lagere ich mal hier ein. Magst du mir mal Geld zuwerfen? Ich will, äh, deinen... Deine Regenbogenroute, die ist jetzt fertig, ich will die mal verbessern. Wie viel brauchst du denn? Wirf mal auf, weiße Gold, das kann teuer werden. Ich will schon eine gute Verzauberung... Wirf mal auf, weiße Gold. Untertitelung des ZDF, 2020